...gegangen, egal was wir vorgeschlagen haben, Familienbeihilfe, Hackerell, unterbrechen Sie mich dauernd, Herr Molterer, was Sie da alles mitgebracht haben. Das ist der Grund für die Neuwahl, Sie wissen das ganz genau. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Herr Molterer, das steht Standard, weil Sie wollten ja nur sagen, wie man es anders schreibt.